Viele Patienten haben Angst, dass sie als Nummer im Krankenhaus behandelt werden. Dem entgegen wir eigentlich sehr individuell und persönlich. Wir versuchen jeden Patienten persönlich anzusprechen, durch den behandelnden Doktor, der möglichst auch über die ganze Zeit der gleiche bleibt. Aber viel wichtiger ist, er wird behandelt von einem Team. Das Team besteht nicht nur aus Doktoren, es sind die Schwestern auf Station. Es ist im Bereich der Unfallchirurg-Orthopädie auch die Physiotherapeutin, der Physiotherapeut. Es ist der Sozialdienst, es ist die Seelsorge, die behandelnden Schwestern. All diese spielen eine Rolle dabei und versuchen sich als Team kompetent um den Patienten zu bemühen. Und dabei strahlt auch eine menschliche Wärme aus, die wir sehr häufig rückgespiegelt bekommen und die wir immer wieder versuchen, dem Patienten mitzugeben. Keiner von uns Ärzten kann heute noch alle Bereiche der Orthopädie und Unfallchirurgie so gut behandeln, dass er immer perfekte Ergebnisse liefert. Aus diesem Grunde haben wir Spezialitäten gegründet. Ich habe vier Oberärzte bzw. noch zusätzlich zwei Handchirurgen, die erstens extrem empathisch sind, zum Zweiten aber auch sehr, sehr gute Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Mit denen zusammen versuchen wir eigentlich alle Bereiche für den Patienten perfekt abzubilden. Die technische Untersuchung und die technische Art der Operation ist für uns inzwischen nicht mehr wegzudenken. Die brauchen wir, um eine vernünftige und gute Qualität abzuliefern. Aber das soll den Patienten nicht erschrecken und ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Behandlung. Patientensicherheit ist ja tatsächlich ein Thema der letzten Zeit, was uns auch seit meinem Beginn hier vor fünf Jahren intensiv beschäftigt. Das bedeutet einerseits, dass man Strukturen schafft, in denen immer die gleichen Prozesse ablaufen und diese auch standardisiert und überwacht stattfinden. Hört sich furchtbar langweilig an, ist aber heutzutage in Zertifizierung und ähnlichen Sachen sehr intensiv abgebildet. Das heißt, wir lassen uns von extern überprüfen, machen wir das richtig, machen wir das in der richtigen Reihenfolge, wo können Probleme liegen, wie gehen wir die Probleme an und lassen uns auch extern überprüfen, wie sind unsere Ergebnisse. Das bedeutet auch, dass wir das, was uns rückgespiegelt wird, natürlich in unseren Arbeitsablauf integrieren und unsere Arbeit entsprechend anpassen.